Jetzt kommt Werbung! Die Ärztin rein, beim Röntgen sieht man sein gebrochenes Bein. Jetzt noch schnell den Verband angelegt, dann ist er bald gesund gepflegt. Die Tierklinik von Playmobil. Little Big Planet gibt's jetzt für Playstation Portable. Und deshalb kannst du mit dem kleinen Sackboy jetzt die verrücktesten Abenteuer spielen, gestalten und teilen, wo und wann immer du willst. Dein Abenteuer, deine Ideen, deine Community, deine ganze Welt in deinen Händen. Dein Abenteuer.